okay jetzt gehe ich mal in die ecke vielleicht kommt der andere auch um dann kriege ich sie beide mit einer granate das wäre natürlich super praktisch seht der mich ich glaube nein jetzt kommt doch her mensch ihr seid nervig um ein gott das gefällt nicht was macht er jetzt gut das musste ich auch mal rausfinden irgendwie sterbe ich gerade oft aber ich glaube ich ich brauche das gerade um zu lernen wie ich mit diesen dingern umgehen kann warum gucke ich jedes mal rein da gibt es eh nichts zichtig so besser wäre es also wenn ich dem rechts die granate reinjagen äh nein bitte sag mir nicht dass das nicht geklappt hat das hat nicht geklappt scheiße so einen nehme ich raus hoffe ich so und jetzt muss ich weglaufen okay das war nummer eins unnötig stark oder so ich will jetzt nicht durchs feier gehen der roboter sieht mich gerade nicht deaktivieren sie vor dem öffnen der türen die sicherheitsbots und und so das war ja ganz einfach und das hat mir jetzt schon wie viel typhoon gekostet ich muss mal gucken wenn der wieder aufgeladen ist der energiebalken sturmgewehr munition so hätte ich es wohl auch machen können da ist nichts ich will jetzt diesen raum bisschen untersuchen weil ich habe das gefühl hier kommt dann noch mal was dick ist aber ich weiß nicht es ist nicht dach da hat es spende oh da hat es spende spende sind immer gut da hat es eine boombox raketen mehr raketen heißt mehr raketen heißt nur moment mal falsches spiel typhoon super verstehe das war also wirklich so ein sicherheitssystem im sinne von tötet die roboter und du kommst weiter egal wer du bist ist ja auch total sinnvoll wir lassen dich da einfach durch weil wir es können monster so ja das kannst du jetzt auch noch mal fünfmal sagen ich will hier alles durchsuchen ah ich hätte mich auch hier reinschleichen können das ist ganz schön laut hier oh reiseplan interessant den werde ich mal kurz pausieren oh da geht wo ist das telefon ist das das telefon da hat auch eben das telefon geklingelt verdammt ich bin nicht rangegangen egal ich gehe mal zum oh da hat sie noch mal was ich gehe da noch rein und dann gehe ich zu malik so was haben wir hier ein ebook und ein sicherheitssystem so ebook hirnimplantate gelehrter und ich blätter weiter und ich blätter nochmal weiter und ich schließe und jetzt will ich das nö kann ich gar nicht bedienen okay und cool okay ich speichere jetzt hier ab weil ich habe schiss dass ich beim runterspringen sterbe das ist mir schon mal passiert naja ich habe es überlegt aber es war gar nicht so unknapp und ich will hier weg malik danke wir fliegen nicht nach detroit was es geht nach montreal ich erkläre es ihnen unterwegs das will ich auch hoffen ich bin mal habe ich mal ich bin mal Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sao hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht, die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Jensen, hier ist Pritchett. Malik sagt, Sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ihr Büro ist im Turm. Zimmer 404. Bin unterwegs. 404 im Sinne von Seite nicht gefunden. Das gefällt mir. Das muss so ein Easter Egg sein. Das kann gar nicht anders sein. So, und ich habe mehrere Möglichkeiten da rein zu gehen. Ähm, Sicherheitsstufe 4. Gerade noch meine Kragenweide. So, rechts lang. So, rechts gewährt. Okay, hä? Ah, hat noch geklappt. Puh, ich dachte schon. Cyberboost, Bier, eine Zeitung. Wollt ihr die aktuelle Zeitung lesen? Hier, Leute. Ähm, ja, so. So, in etwa. Und ihr könnt pausieren. Und ich mache es zu. Munitionskapazitätsupgrade. Oh, das ist wichtig. Dafür schmeiße ich auch das Wärmeziehsystem für die Rakete weg. Habe ich eh keine Rakete. Also keine Raketenwerfer. Und ich könnte mich da reinboxen. Hm. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Gefällt mir hier. Mein guter Freund. Warte mal. Erst die Tür auf. Ja. Sinnvoller Einstieg. Muss man das verstehen. Ich glaube nein. Und hier hat es noch ein E-Book. Einigung der Welt. Und ihr könnt pausieren. Und ich drücke weiter. Und ihr könnt pausieren. Und ich schließe. Und ich bin jetzt echt mal gespannt. Moment, war nicht irgendwie vom Turm die Rede? Und das... Und dann geht es hier abwärts. Äh, vielleicht sollte ich... Die haben ja noch keine Ahnung, dass ich da bin. Anerkennung der sogenannten... Hm. Viele Büros. Code Blue. Die Lage ist kritisch. Und wir werden alle evakuiert. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gebäude wird in Kürze abgeriegelt. Wie? 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 Was? Hä? Wir haben nicht viel Zeit. Nichts viel raus. Ich weiß nicht was los ist. Aber sie evakuieren das Gebäude. Äh. Es hätten sie gewusst, dass ich komme. Oder dass was anderes passiert. Synthetisches Denken. Das hatten wir glaube ich auch noch nicht. Es kommt mir aber bekannt vor. Und ich drücke weiter. Und ich schließe. Okay. Bis. Also die sind hier echt alle in Eile aufgebrochen und weggegangen. Äh. Gerannt. Um ihr Leben. So. PDA. Nein. Bitte nicht. Wir erledigen alles. Trotzdem vielen Dank. Worum geht's denn? Ich. Ihr wolltet mein Passwort. Bitte sehr. P-Cain Stacks. Ich kann den Leuten in meiner Abteilung beim Einrichten helfen. Ich hab in der Abendschule einen Computerkurs belegt. Phil. Ah. Gutster Phil. Du bist toll. Was hat das zu bedeuten? Zeitung hatten wir schon. Ich will weiter. T-Y-M. T-Y-M. Attacked by a lunatic. Unknown Identity of the intruder. Toll. Wer war das? Äh. 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 Nichts. Zeitung. Gut. Kann ich nicht ausschalten. Und. Jensen. Da stimmt was nicht. Pykes ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Ich melde mich wieder. Äh. Ja. Das haben wir auch schon rausgefunden. Dass hier irgendwas nicht stimmt. Stinkt's auch gewaltig. Oh Mann. Aus Wut könnte ich jetzt echt einen Fotokopierer durch die Gegend schmeißen. Ha. Das geht. Cool. Wollte ich unbedingt mal testen. Ähm. Ich will rangehen. Und dann sag ich Hi Pritchard und alles ist in Ordnung. Energieriegel. Brauchen die ja immer in solchen Nachrichtendingern. Oh. Es hat doch ein Physikmodell, das Spiel. Also so in dem... Moment. War hier was? Ich mein die... Elisa hängt mit drin, haben sie gesagt. Was französisches. Sprachregelung. Naja. Äh. Leer. Boah. Das Sturmgeklingeln nervt. Pritchard. Du machst das nur mich zu ärgern. Kann das sein? Was gibt's hier? Irgendwas dahinter? Nö. 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 Okay. Prüfen Sie die Notfallaktivierungslogs, Pritchard. Hier ist eine verriegelte Feuertür, die vermutlich offen sein sollte. Alle Feuertüren des Gebäudes sind verriegelt. Aber der Weg zu Zimmer 404 müsste frei sein. Okay. Alles durchgucken. Ordentlich Credits. Äh. Haha. Also irgendwas ist echt im Busch. Ich bin immer noch total gespannt. Vor allem das Spiel hat jetzt auch wieder ein bisschen angezogen. Dadurch, dass man erfahren hat, dass diese Forscher wohl noch leben. Und darunter auch Megan ist. Das ist richtig cool. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Äh. Hier hat's noch einen Rechner. Peacane. Okay, den hatten wir ja. Und das war mit Sicherheit. Bitte vorn. Beitrag löschen. Zugelassenes Vokabular. Naja. Irgendwie. Praxiskit. Oh, das ist gut. Wie viele Punkte habe ich? Drei. Okay. Muss ich mir merken. Belltower Link ausgefallen. Die Seite mit dem Artikel, der die Anschuldigungen gegen die Aktivitäten von Belltower in Australien zurückweist, ist offline. Bringt sie ASAP wieder zum Laufen. Oder ASAP. Was so viel heißt wie as soon as possible, so bald wie möglich. Okay, das kennen wir mit dem Vokabular. Aber ich glaube, hier werde ich nicht mehr finden, weil irgendwie. Hm. Wirklich wie ausgestorben. Von PDA. Morris hier sind die Passwörter für einige der Mitarbeiter Terminals, die sie angefordert haben. Okay, den Rest schicke ich in einer Stunde. Ja, bloß hacken bringt EP. Irgendwie. Wenn da nichts Sinnvolles drin ist, dann ist das irgendwie ärgerlich. So, und da geht es zur Mission weiter. Die hatten es wohl ziemlich eilig, Pritchard. Hier ist niemand mehr. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Naja. Die wird dann auch nicht mehr hier drin sein. Jetzt rein logisch. Technisch. Was haben wir hier? Problem mit Elizas Garderobe. Okay, ich pausier mal eben. Oder ihr könnt pausieren. Und ein Statusbericht. Ihr könnt pausieren. Und ich drück weiter. Und ihr könnt pausieren. Yay. Aha. Da hast du auch noch eine Schublade. Credit Chips. Ich werde jetzt wahrscheinlich an der Hälfte von diesen ganzen Dingern vorbeilatschen, aber ich kann da gerade nichts dagegen tun. Ich will einfach alles untersuchen. Weil ich das Gefühl habe, was Wichtiges finden zu können. Pentschaya. Ähm. Ihr könnt pausieren. Und ihr könnt nochmal pausieren. Und nochmal pausieren. Und ich schließe gleich. Ne. Ich mach Web Awards an. Und da könnt ihr nochmal pausieren. Und ich mach zu. So. So. Ich glaub jetzt langt's. Ich geh mal weiter. So. Und hier muss sie sein. Die wichtige Tür. Hallo, Adam. Hat Sao Sie über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte. Nennen Sie mich Eliza. Sao Yunoru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte sie schon seit einiger Zeit. Seit vor sechs Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde. Sie haben ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, sie wären tot. Ja. Obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe. Ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen. Aber ich habe sie wohl auf sie aufmerksam gemacht. Wenn sie jetzt gehen, entkommen sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber sie werden mich begleiten. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Jensen! Raus da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Bridget. Später! Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf ihre Position zubewegen. Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. Oh, und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Ich komme nun so ganz schlecht drauf. Aber das geht. So. Reißender. Alarmiert. Ne, das ist nicht gut. Ich muss da irgendwie wegkommen. Also so komme ich eher höher als runter. Habe ich denn ein Gebäude rumriss. Ähm. Da geht's. Ich muss jetzt irgendwie in den Keller oder was. Ja, ich klar. Den wird nichts auf... Aber er kann nicht weit sein. Seid ihr da nicht so sicher? Der Kerl ist gut. Wenn er hier hervor ist, muss er sich vor Angst in die Hosen machen. Hat garantiert nicht so viel Feuerkraft erwartet. Woher... Warte, bis ich die kleine Schlange in die Finger klinge. Dann merkt er schon, dass er jetzt mit den großen Jungs spielt. Oder mit den großen Männchen. Wenn sie ihn erwischt. Okay. Ähm. Das sind zu viele auf dem Haufen. Hier komme ich auf jeden Fall nicht sicher raus. Es sei denn... Habt ihr ihn? Nein, sucht weiter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Ich werde mal kurz abspeichern. Es ist einfach lustig. Wir gehen. Ja, ich werde mal kurz abspeichern. Das war nicht. Wir gehen.